hallo meine lieben willkommen zu einem neuen video von mir in diesem video möchte ich euch gerne einen shop vorstellen und es handelt sich um den shop soviel.de den link dazu findet ihr auch noch mal in der infobox und ja ich wurde von der firma angeschrieben ob ich nicht gerne ihre produkte testen möchte und bevor ich mich dazu entschieden habe habe ich mir die seite erst mal genauer angeguckt dieser shop bietet euch 925 sterling silber also kein mode schmuck was ich auch richtig super finde es ist wirklich echt silber und ihr bekommt dort ohrringe halsketten oder auch armbänder und ein armband davon habe ich für euch getestet und warum ich mich dafür entschieden habe ist ein besonderer grund denn in diesem shop könnt ihr euch ein anhänger selber personalisieren und individuell gestalten das bedeutet ihr könnt euch ein foto dort hochladen und einen text mit dazu fügen der dann eingraviert wird und das wollte ich unbedingt für euch testen und ich habe mir unter anderem vier normale anhänger und ein personalisiertes gemacht bzw 1 mit bild ich habe keinen text genommen aber 1 mit bild und ich bin wirklich super zufrieden und kann euch den shop jetzt schon total empfehlen das ganze kam in diesem päckchen an hätte wirklich klein gehalten und ja so sieht das von innen aus und mit dabei war ein echtheits zertifikat also dass es wirklich echtes silber ist und das finde ich wirklich super und in diesem päckchen kam dieser umschlag mit dabei und in diesem umschlag war noch mal so ein samt säckchen was ich auch wirklich total super finde und in diesem samt säckchen waren dann die einzelnen anhänger und das armband und das ganze war dann auch noch mal verpackt in so kleinen beutelchen einmal hier das armband und die kleinen anhängerchen in so kleineren tütchen dass auch wirklich nichts damit passiert unterwegs und das ist wirklich sehr gut gelungen also da ist wirklich alles super angekommen und da steckt auch viel mühe hinter und ja außerdem war auch noch ein poliertuch dabei dass wenn eure charms ein bisschen dreckig sind und so dann könnt ihr das damit auch wieder sauber polieren ja wie gesagt die verpackung war schon mal sehr gut und dann möchte ich euch jetzt gerne meine anhänger zeigen die ich mir aus und dann geht es Das Highlight von den ganzen Anhängern ist für mich natürlich das Personalisierte. Denn es ist ein Bild von meinen zwei Hunden und das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und deswegen habe ich mich auch für dieses Bild entschieden. Und dafür, dass das Bild jetzt Miniatur ist, kann man dennoch alles sehr gut erkennen, wie es auch in echt sein soll. Und das ist auch wirklich total gut gelungen. Gute Verarbeitung, hohe Qualität und das für einen geringen Preis. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, im Ganzen bin ich natürlich sehr zufrieden. Also hohe Qualität, geringer Preis. Die Bestellung ist problemlos abgelaufen und der Versand ging auch relativ schnell. Und es ist wirklich nichts passiert auf dem Weg, denn es war ja sehr gut verpackt. Und ja, wie gesagt, ich kann euch den Shop nur empfehlen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, mal dort vorbeizuschauen. Ich habe für euch auch einen 5% Rabattcode für euch. Den könnt ihr auch in der Infobox finden und dann bei eurer Bestellung einlösen. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall noch mehr Anhänger dazu bestellen, weil ich bin wirklich total zufrieden und begeistert. Und für den Preis lohnt es sich auf jeden Fall. Und ich sage immer wieder, es lohnt sich, weil es sich wirklich lohnt. Ich bin wirklich total zufrieden. Es fühlt sich auf der Haut wirklich sehr gut an. Es tut nicht weh. Also es zieht nicht an den Härchen. Es ist einfach wunderbar. Und deswegen würde ich mir auch auf jeden Fall noch mehr dazu kaufen, weil dann sieht das Armband auch nicht so leer aus. Und das hat auch hier und da immer wieder eine Bedeutung. Schaut auf jeden Fall auf dieser Seite vorbei und überzeugt euch selber. Ihr findet euch auf der Seite auch super zurecht. Es ist auf Deutsch und es ist wirklich alles problemlos. Und es dient auch wirklich total als Geschenk für die Liebsten. Das werde ich mir auch auf jeden Fall im Auge behalten. Denn es ist wirklich ein super tolles Geschenk, wie ich finde. Ja, und dann hoffe ich jetzt natürlich, ich konnte euch ein bisschen darüber berichten. Und ihr werdet euch davon überzeugen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auch schon Erfahrungen mit dem Shop habt, auch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr euch jetzt auch dafür begeistert, schreibt mir auch gerne eure Anregungen oder Fragen in die Kommentare. Dann werde ich euch da auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, das war's mit dem Video und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!